Hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Wir hatten ja in der letzten Folge, die ging ganz schön lange muss ich sagen, hat zwar einige Sachen rausgeschnitten. Und ich habe auch so auf Olaf gewartet. Ich habe ihm das am letzte Woche Freitag, nee Samstag erzählt, da ich eine Aufnahme gemacht habe. Und da sagt er, ja, er kauft dir das Spiel auch. Ich sage, der da macht das mal. Ja, und damit wir einen Koop spielen können. Naja, nun hat er sich gestern, also sprich, Mittwoch, ja, gestern war Mittwoch, runtergeladen. Das war schon ein Krampf, das hat schon fast eine Stunde gedauert. Oder über eine Stunde. Dann hat es auch ganz schön gedauert, bis er hier im Urwald war. Da, da haben wir gedacht, vielleicht können wir ja gleich, äh, im Koop weitermachen. Aber, dann haben wir gesehen, äh, wo war das hier? Koop. Wir müssen erst in der Hauptstory beide durchkommen. Bis zu der Arana-Clan-Quest. Ich hoffe, das ist nicht, ähm, ganz weit hinten. Hier müssen wir hin. Ja. Hat er gesagt, den Fluss folgen, ne? Ja, wie gesagt, Olaf wird vielleicht dann irgendwann mal später dazustoßen, wenn wir diese Arana-Quest erledigt haben. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Oder dauert nicht allzu lange. Waffen können wir hier nicht nehmen, ne? Ich glaube, das hat er schon in der letzten Folge mal gemacht. Ja, unser Leben ist so gut wie Schnick-Schnack. Olaf hat ja auch das Problem, dass er so ganz, ganz schlecht gucken kann, ne? Deswegen Was ist das hier? Oh. Okay. Schauen wir uns mal um. Bis dahin musst du das alles erstmal alleine machen. Ich versuche natürlich, dass wir das hier, äh, nicht allzu lange machen. Sag mal, die vollen, ne? Dann jedes Mal heißt hier, eine Stunde. Ich muss bloß auf die Zeit achten. Und wer mich kennt, ich und Zeit achten, hm, 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 hm. Sind wir hier richtig? Da ist der grüne Pinorex. So. Betankungslager. Na doch, sind wir hier richtig. Nicht östlich des, des Färberkesseln. Färberkesseln? Ach, sind schon ganz dicht dran. Okay. Na, sind wir da. Okay. So. Und war ja immer noch auf der Suche nach Nahrung. Hier drüben. Bei dem Baum. Aha. Hier. Was qualmt denn da? Hm. Also wenn einer weiß, wie lange das dauert mit dem... Mit dem, mit dem, mit dem... Ich bin hier. Ja, ja, lass mich doch erst mal umgucken. Bis man zum Koop kommt. Dementsprechend... Oh. Bei dem Baum. Ersatzteile? Wir haben nix zu essen. Höhö. Oh, da ist noch ne Kiste, sehe ich gerade. Nochmal Ersatzteile. Ich will was zu essen. Mensch. Ich hatte schon zu Olaf gesagt, er soll bloß ein Fresspaket schlucken, wenn er da ne, anfängt. Hat er auch gemacht. Hier. Hätte für mich ja auch gereicht. Im Endeffekt. Nehme ich mal an. Gibt's hier nix, was man hier nehmen kann? Gibt's hier kein Futter? Der ist ja eklig. Oh, hier. Ja, jetzt. Endlich. So. Energie ist wieder voll. Leben ist halb voll. Da finden wir doch noch was. Wir gehen gleich zu ihm. Keine Angst. Die Kiste hatten wir schon, ne? Wobei, die ist noch zu, ne? Sieht so zu aus. Hm. Oh, hier. Nochmal Nahrung. Das ist schön. Aber wir heben uns eine auf. Wer weiß, was noch alles passiert hier, ne? Ist da oben noch was? Oh, hier. Äh. Ersatzteile. Oh, okay. Äh. Ja, wir haben noch genug Zeit. Ich hatte auch zu Olaf gesagt, er soll ruhig beim Erstellen seiner, seiner Figur äh, auf zufällig machen, ne? Oder ist er, wie auch immer, ne? Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Dankeschön. Ah! Du kannst nicht kämpfen. Diesmal helfe ich dir. Ey, wir kriegen einen Bogen. Cool. Naja, cool. Du wirst Pfeile brauchen. Gestrüpholz ist biegsam. Schwefelkapsel. Das entflammbare Öl, mit dem diese Kapsel überzogen ist, kann für die Herstellung spezieller Munition verwendet werden. meist auffindbar auf hohen Bäumen über auf, über alle auf Pandora. Markieren? Was heißt markieren? Filmen wir die denn? Oder, was ist denn? was ist denn? Ja, ja, gleich. Äh, Flänger Langbogen haben wir gekriegt, oder was? Gut, Materiellen festhalten. Ach, da kannst du einstellen, was du dafür brauchst, oder was? Cool. Spezialgeschossen. Okay, da brauchen wir einen beliebigen Stock, Schwefelkapsel und ein Ersatzteil. Aha, aha. Und sonst gibt es nichts weiter hier an Munition, oder was ist das hier? stockbeliebig. Ich habe es mal einfach markiert. Hier sind die Tutorials, oder was? Ach so, da kann man denn, er speichert, 20 Minuten sind rum. Okay. Da haben wir noch mal geguckt, in der Einstellung. Benutze die Navi-Sinne. Oh, cool. Siehst du, das ist dein Zuhause. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Lass deine Sinne dich leiten. Ah, gehen wir auch wieder weg. Ach so, ich habe auch ein bisschen umhergestellt, bei der Einstellung. Also, wenn ich hier, dann ist Navi, nochmal dann, da stand irgendwann, untersuchen. Ach so, okay. Aha. Da kommt nun nochmal. Wie stelle ich jetzt die Pfeile her? Ach so, da steht es, öffne ich das Waffenrad. Aha. Okay. Das geht nicht, da haben wir keine Materialien, aber da. X drücken. Ja. Können wir nochmal, dann haben wir 20 Folgen. Okay. Wo bist du da? Am Ufer. Sie wachsen am Wasser. Ach ja, okay. Ach so, sieht es ja aus. Aha. Ob wir sie finden, ist die andere Frage. Kann man auch wieder wegstecken? Ja. Karte. Kartenwegpunkt A, um die Wegpunktmarkierung auf die Karte zu platzieren. So, kann man die auch wieder wegmachen hier, den Wegpunkt, den wir hatten? Okay, wir müssen nochmal, einmal nochmal Stöcke einsammeln. Ach, da hinten, da, da. Da müssen wir hin. Nimm lieber zweimal mit, ne? Komm hier runter? Oder mach's gleich wieder Aua? Ich höre da einen Hubschrauber, Hubschrappschrapp, oder was das ist. Da müssen wir hin. Okay. Hier sind ja in welche Kisten, ne? Das rote, was ich da sehe. Okay. Ersatzteile. Hier wird auch noch eine, ne? Okay. Ach, Untersuchung. Ein abgesperrter Behälter, in dem sich Feuerwaffen der RDA befinden. Ohne RDE-Zugang kann er nur geöffnet werden, indem man sich in das Sicherheitssystem hackt. Oh, die können nicht hacken. Schade. Okay. Da müssen wir hin. Noch was hier? Wir schauen uns lieber nochmal um, ne? Hier auf dem LKW. Irgendwo. Nein, das hatten wir ja schon. Gut. Wollen wir auch nicht so ganz durch das ganze Spiel durch. Da ist noch was. Durch das Spiel Rase, ne? Wollen die Welt auch hier entdecken, erkunden. Hä? Wo ist er? Was haben wir gekriegt? Ersatzteile. Aber wir können keine Spezialwaffen herstellen, ne? Essen. So eine komische Schnecke brauchen wir. Okay. Lassen wir den Bogen draußen, aber das stört ein bisschen, ne? Ach ne, hier. Auf Y. Okay. der Richtung. Oh, da sind welche. Da oben ist irgendwas. Wie kommen wir jetzt da hoch? Gibt's eben nochmal so'n, so'n, so'n Jumper, oder müssen wir hier von dem? Schwefelkapsel, Munitionsbauteil. Ja, das brauchen wir. Gibt's denn noch was zum Springen? Vielleicht von da, ne? Oder? Da, den wollen wir haben. Hier gab's doch so'ne... So, Lecke, ich kann es nicht finden. Eine Dato-Fettschote. Die Pflanze wächst am Wasser. Suche am See. Konzentriere dich. Ja, wir konzentrieren uns. Ich weiß, da unten. Aber wir wollen ja hier zu dem anderen komischen Dingsbums da. Schade, dass man die nicht markieren kann, ne? Da ist das Ding. Also jetzt so. Oh, aua. Das hat weh. Was haben wir jetzt gerade genommen? Ach, ein Stock. Okay. Ich weiß nur, irgendwie... Nee, kommen wir nicht hoch. Ist noch höher, ne? Da oben. Äh. Plus, wie kommen wir da hoch? Da unten sind Gegner. Böse Gegner. Ist da auch noch was? Nee. Doch, da. Ach, ich... Ich glaub hier über den Ast, ne? Warte mal. Da. Ist doch, ne? Ah. Hä? Ja, ist doch gut. Ich will das nehmen. Warum kann das nicht nehmen, hm? Eigenartig. Oder sind wir zu dicht dran? Ach, ist hinter dem Baum, ne? Kann das sein? Auf der anderen Seite. Aber da kommen wir nicht hin. Wäre ja auch so schön, um wahr zu sein, ne? Da kämen wir hoch. Aber da waren wir schon mal, ne? Oh, hier. Sachte ziehen. RT plus L. Okay. Tadellos. Trocken. Schön. Ein Jatter-Eige ist gut. Ja, wofür? Zum Essen, oder was? Warte mal, was ist das? 25 Prozent, stellt das her. Aber da sind die anderen Dinge, die wir einsammeln können. So, jetzt können wir doch... Äh, Sprengstoffe erstellen, oder? Wie jetzt? Können wir nicht? Oder wat? Wir haben doch... Ach, hieso? Oh! Alter, was sind da für Pfeile? Ach, so kann man durchschalten. Alles klar, wir nehmen das in den normalen Pfeile. Hehe, dann kommt nachher hier. Terra ist wieder so... ... vorlaut Heberanke. Äh... Ja, das haben wir schon. ... schon mal gesehen. Ist noch mehr? Okay. Ist wie viel Kapseln geerntet? Ach so, was schon abgeendet ist, oder wat? Hä? Wollt nicht gerade wat hier? Sollten Nahrung essen, sagt er. Na gut, machen wir einmal Nahrung. Da, da, ne? Na ja. So. Runter. Gut. Was ist dat? Knospe. Einsiedlerknospe. Eine große, ein großes Kraut mit einer Blüte aus blauen Blättern und einen dornigen Kaktus-ähnigen Mitte. Im Jagdbuch ansehen. Kann man da wat machen, oder wat? Überall ist bestimmt nix besonderes, ne, oder? Okay. Rögen kann ich noch kurz haben, tippt, 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 tippt. Naja. Oh. Soldaten! Na, ich bin gespannt, was dat hier wird mit dem Pfeil und Bogen. Wie viel sind dat? Drei? Ich glaube ja, ne? Okay. Angeblich gibt es ein Navi, der größer ist als ein Baum. Weißt du, eines Tages steche ich dich ab, wenn du den Mund aufmachst. Oh, oh, oh. Unser erster Kampf. Unser erster Kampf. Das gibt hier draußen nichts zu tun für uns. Okay. Zielhilfe habe ich an. Mal gucken, obat passiert. Oh, oh, wir haben die ersten getötet. Ja. Ey, komm. Ja. Scheiße. Scheiß die Wand an. Komm, wir doch mal hin. Können die ja umhauen, oder? Auf die Flanke! Äh, sind wir tot? Oh. Ich dachte, wir wären gestorben. Oder hätten den umgehauen. Haben wir noch alles drinne? Okay. So. Ja, das machen wir noch in dieser Folge, ne? Oh. Okay. Ist die Frage, äh. Nehmen wir das einmal oder nicht? Die sind doch auch weg, ne? Wobei, der oben hält noch wieder was. Wir gehen nochmal hoch. Vielleicht können wir nochmal. So. Haben wir noch ne Schwefelkapsel. Wir wissen ja, wo es lang geht, ne? Ha, ha, ha. Kann der Terrain nochmal auf die Fresse fliegen. Ist nicht so einfach. Mit dem Ziel. Ich denke mal, mit der Maus geht es besser, ne? Gut, wir wären jetzt auch nicht in Deckung, ne? Wieso ist alles auf diesem Mond so riesig? Hm, du weißt wirklich, wie man jemanden so tode langweilt, oder? Okay, wenn die beiden zusammen sind, kämpfen wir beide auf einmal, ne? Als ich mich für diese Truppe gemeldet habe, dachte ich, es wäre lustiger. Was? 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 Okay, 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 okay. Ich darf wieder zurück, ne? Der eine bleibt da hinten am Wasser. Können wir die von hier aus schon mal killen? Aber ich glaube, der ist zu weit weg, ne? Ja, halt einfach die Schnauze. Ich will einfach nur noch zurück zur Kaderne. Das haben die gar nicht mitgekriegt, oder was? Finde ich ja schön. Alles okay? Alles ok. Ach nee, so weit. Ha, gut. Jungs, ich bin stolz auf mich. Gut, beim zweiten Versuch. Aber das ist egal. Aber das dürfte sein, ne, oder? Äh, da untersuchen. Da, wo fehlt Kapsel? Ja, die Früchte... Fliegen über mächtige Heilkräfte. So. Das mit den Markierungen hier. Die anderen beiden, die müssen wir mal ausschalten. Geht das? Ach so, und ist untersuchen. Alter, was ist das denn? Hammerkopf. Titanoter. Titanoter. Waffenherstellungs... Hä? Nochmal. Bitte? Äh... Hier haben wir so ruhige. Lebensdauer. Alter, die sind aber gefährlich. Gepanzert. Oh, oh, oh. Fettes Fleischcreme da raus. Festhalteplatz voll. Was ist damit gemeint? Oh, keine Ahnung. Okay. Öh! Hier steht nix rum. Haben die nix? Ja, mit dem Zielen, das hatte ich ja, glaube ich... So eine Stelle nur einmal drücken brauche. Das ist schon mal gut. Sonst kriege ich wieder Schwierigkeiten mit der linken Hand. So, hier. Heilungsbeutel ist voll. So, hier. Heilungsbeutel ist voll. Wir gehen zurück. Aber ist hier noch was? Können wir die mit den Sprengpfeilen nicht erledigen? Bogenschütz... Bogenschützen Dickicht. Ähm, wo ist denn... Ach so. Alles klar. Weil es so geil fällt, hat man hier so... Ich hab die DAPUFI. Ich komme zurück. Noch mehr Soldaten. Oh, oh. Da oben. Da sind sie. Die Energie, ne? Da hätten wir doch schon wieder was einsammeln können. Oh, schon wieder. Alter, hör auf. Warum fangen die jetzt mal runter hier? Na, wie gut das nachwachsen, ne? Können wir die nochmal herstellen? Nee? Was fehlt uns denn da? Oh, da ist schon... Roboter... Oh, 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 oh. Äh... Wer weiß... Haben wir immer noch die drinnen? Okay. Ja, lassen wir mal drinnen für den Roboter, ne? Wir haben ja keine Nahrung mehr. Doch, einmal, aber... Uhhh... Oh, vielleicht finden wir noch irgendwo was. Oh, 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 oh. Na, hier machen wir mal Schluss. Ich glaub, da haben wir schon... ...von wieder unsere Zeit verbraucht. Ich bedanke mich für das Einschalten und fürs Zuschauen. Denn sehen wir uns in der nächsten Folge und dann mal gespannt... Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen hier mit dem Töten, ohne zu sterben. Gerade mit diesem Roboter da. Oh, 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 oh. Ja, und wie gesagt... Das kann wohl noch eine ganze Weile dauern, bis ich das hier im Koop spielen kann. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob es lange dauert. Also... Ob es in der Hälfte vom Spiel läuft oder fast am Ende. Weil da müsste Olaf ja auch das Ganze alleine spielen. Und das ist ein bisschen schwierig bei ihm. Gegen seine Augen, ne? Also, dann sag ich mal, rin gehauen, dann geht's in der nächsten Folge hier weiter. Und dann... Ja, müssen wir erstmal da... ...zu Solek zurück. Ihnen das Zeug geben und dann... Ja, rin gehauen, liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Das wäre nett, damit unterstütze meinen Kanal. Bis dann, euer Terra. Tschaui!